Musik Könntet ihr mir erklären, was ihr hier macht? Pommittchen, das ist doch unser Zimmer hier. Wie geil ist das denn bitte? Heuer ein Vierbettzimmer! Was? Ich bin die letzte M. Habt ihr die Betten schon eingeteilt? Also, nur dass ihr es wisst, ich kann auf keinen Fall neben dem Fenster schlafen. Ist es dir auch egal, wenn ich dir die Fresse poliere? Nein, nein, nein! Hallo ihr zwei! Ihr müsst euch nicht gleich gewalttätig werden hier! Hier, rauch deinen Joint mit, damit legst du die Rauch wieder. Man geht dir mich alle auf die Nerven! Übrigens, Nadine, ich hab hier meine eigene Sucht und die ist wesentlich gesünder als deine. Hey Nadine, hör uns auf den Scheiß anzubeten. Und Nina, deine Handy- und Spielsucht ist auf keinster Weise gesünder als Kiffen. Wie einige von euch bemerkt haben, die ja schließlich nicht das erste Mal in diesem Internat aufgenommen wurden, bin ich die neue Internatsleitung. Sitz gerade bitte! Ich werde euch zu sitzsamen und wohlerzogenen Mädchen umformen. Die Zufall sind da bei uns, solange wir an sie glauben. Die Musik in den Herzen trotz der Bestrafungen. Denn Hoffnung schimmert, kann uns kein Feuchtier rauben. Wir tragen schwere Ketten, doch das Herz dreht uns glattfrei. Und nun bitte alle auf ihre Zimmer ab 9 Uhr ist absolute Bettruhe. Na, das kann ja heiter werden. Boah, willkommen auf Alcatraz, ey. Wie soll ich das nur überstehen? Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Meine Beine tun so weh. Seit fünf Wochen dieses blödsinnige Rummarschieren. Damit wir fit werden, dass ich nicht lache. Warum verzichten? Nein, das kann ich nicht. Da, wo ich herkomm, so wenn die Boxen ich wünschte, du könntest das mal sehen. Oh... Da, wo das impulsiert. Ein Beat stellt laut, geht ins Blut. Check it out! Wow, das Tanzen hat mir so gefehlt. Kommt, wir müssen doch hoch in die Klasse. Sag mal, warum kümmerst du dich eigentlich so um mich? Du bist dir selbst normalerweise am wichtigsten. Wie meinst du das? Naja, du bist ja die Drama-Queen der Schule. Wann ist die Minderin nicht immer so, wie es von Arsena sichtlich? Vielleicht hab ich auch noch Ängste in mir. Wie meinst du das? Naja, ist nicht so cool, wenn die Mutter seufzt und der Vater voll aggressiv ist. Doch halt, warum sag ich das? Ihr, die mich gar nicht kennt, ihr, die mich fremd ist und sich nur an Technik und Piedermäu, wir machen beide eine Reise von einem Traum entführt. Oh mein Gott, spüre, ich drehe hier noch durch. Seit zwölf Wochen befinde ich mich in der reinsten Hölle. Hey, seid still, ich höre Sie kommen. Aufgestellt! Aber ein bisschen, dalle, dalle, bitte! Ich habe im hintersten Eck im Schulhof Zigarettenstummel gefunden. Verlogene Bande. Zwei Wochen Suppe und hartes Brot. Und obendrein werdet ihr noch das gesamte Internat putzen. Dieses Dasein schickt uns an Dieses Dasein schickt uns an Statt zu leeren schickt man uns Statt zu leiden tritt man uns Wunderlos ist hart Ich vermisse so schrecklich meine Eltern Keinen Juckt ist, wie es mir geht Jeder lästerts wie immer über jeden Und eine Zeit kommt ich noch zum Streit Ich suche wach, nachts im Bett, da kommt ich trösten Und die Wut rüst an dir und macht dich weich Und du denkst nur an morgen und wirst traurig Doch kein Himmel aus dem Auto scheint und fliegt Oh, 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 oh Es ist auch mal leer Es ist drin, es scheint und mehr Guck mal, wie ich mich her Keine Hoffnung mehr Das ist so frustrierend, ne? Meine Eltern glauben diese ganze Scheiße auch noch Von wegen Disziplin und Ordnung Ja komm, als ob das was bringen würde Mein Vater hat mir doch nie eine Bitte ausgeschlagen Und jetzt kein Ende in Sicht Ich komm nicht raus aus diesem blödem Internat Manchmal könnt ich schreien Doch ich lass es sein Denn ich kenn das Spiel schon zu lang Zum Teufel Was? Nicht so laut Jetzt sag schon, wer pisst du und was soll der Scheiß? Jetzt bedrängt sie ihn nicht so Das ist Roman, der Zwillingsbruder von Romana Also letztes Jahr, da hab ich dich gesehen Und mich in dich verknallt Ja, da hatte die Romana die Idee, dass wir ertauschen könnten Hey, Sonora Was ist eigentlich mit dir? Wo liegt deine Leiche begraben? Ich sag nur, verlass dich auf andere Dann bist du verlassen Wir bleiben euch Wir zwei Kopf hoch Und mancher Geist bleibt nah Denn was auch wahr Bleibt was geschah Bleibt die Horstung nur in sich Söhne, Teich, Dame, Nachfrau Vergesst es nicht Es gibt ein Licht Lisa, wir helfen dir Du hast ja eigentlich Ein hübsches Gesicht Genau Und deine wenig Farbe verwandelt dich in eine kleine Diva Und wir müssen unbedingt deine Style aufmotzen Aber Nichts aber Farbe positiv Lass sein nur dabei Bleib positiv Bleib positiv Frau Rothenstein Wir sagen bye bye Kämpfe nur mit jedem Trick Hol dir deinen Tipp zurück Kämpfe dein Glück Bleib positiv 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 Der Grammatiktest war ein Reinfall Nach so vielen Wochen Nach so vielen Wochen üben So schwerwiegende Fehler Rebellion Singen Rebellion Singen Rebellion Gut los Sagen wir uns Ja wir tun's Dann los Lass es raus Wir hören schon den Applaus Jetzt ist soweit Ja wir sind bereit Nutz Nutz Der Blut Jeder hier ist von los Herzlich willkommen liebe Eltern, Freunde und Bekannte zu unserem Tag der offenen Tür In die Bar bin ich gern In die Bar bin ich gern Ja doch falls ich mein mir Halt, halt, einen Moment bitte Liebe Eltern, liebes Publikum Wir haben hier die Anmeldung vom Sing-und-Tanz-Wettbewerb Und wir haben erfahren, dass die Jurymitglieder hier im Publikum sitzen Los, komm hierher, unser Weg war schwer Sehen uns nun alle an, was wir euch zeigen Zusammen sein, ohne Zweifel, nein Lass uns viel mehr erreichen als wir glauben Leg los, leg los, leg los, leg los Wagen zu träumen, ich glaube daran Du hast ja nichts, nicht viel dran kann Leg los, leg los, leg los, los Leg los, leg los, na los Leg body run Lavolta Leg die Los, fuhren los Wir trauen uns, wie auch ihr tut Sagt los, lasst jetzt raus Ihr hört schon den Applaus Jetzt ist es so weit Ja, wir sind bereit Los, den Los Jeder hier ist kundlos Ja, wir sind bereit Applaus